Eintracht-Cheftrainer Adi Höder wird nicht an den Pressekonferenzen vor und nach dem Achtelfinalrückspiel bei Inter Mailand, Europa League, Inter Mailand, Eintracht Frankfurt ab 21 Uhr im Live-Ticker, teilnehmen. Auch vor die TV-Kameras wird der Österreicher nicht treten. Stattdessen wird sein Co-Trainer Christian Peintinger sämtliche Termine wahrnehmen. Die Klopp kritisiert Entscheidung von Löw Damit zeigt Frankfurter UEFA die rote Karte. Denn der Verband hatte sich gewünscht, dass Hütter trotz seiner Sperre sämtliche Pressetermine wahrnimmt. Anzeige am Hinspiel hatte er eine Flasche weggekickt und war auf die Tribüne verwiesen worden. Zusätzlich muss er auch im Rückspiel von der Tribüne aus zuschauen. Bildergalerie Das sind die spektakulärsten Choreos der Eintracht-Fans 26 Bilder Erst am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Nürnberg wird sich der 49-Jährige wieder öffentlich äußern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jahrhundert Vielen Dank.